David Clark Jennings war ein US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler, Leben und Karriere. David Jennings arbeitete zuerst als Platzanweiser im Theater, ehe er selbst Ende des 19. Jahrhunderts Schauspieler wurde. Zunächst war er als Theaterschauspieler aktiv und trat zwischen 1906 und 1920 in über einem Dutzend Broadway-Produktionen auf. Bereits im Jahre 1915 debütierte Jennings im Film The Deep Purple. Bis zu seinem Tod im Jahre 1937 arbeitete er fortan regelmäßig in Hollywood und spielte so in insgesamt fast 160 Filmen. Bereits in der Stummfilmerra war Jennings meistens auf Nebenrollen als strenge Autoritätsfigur festgelegt. Der Übergang zum Tonfilm Ende der 1920er Jahre gelang ihm problemlos. In den Filmen Das Strafgesetzbuch und Hölle hinter Gittern verkörperte er im Jahre 1930 jeweils sadistische Gefängnisaufseher, die später von entflohenen Häftlingen aus Rache ermordet werden. Zudem spielte er den Vater von Harold Lloyd in der Komödie Film Verrückt sowie den Sailing Master John Fryer im Film Klassiker Meuterei auf der Bounty neben Clark Gable und Charles Lotten. David Jennings verstarb 1937 nach kurzer Krankheit im Alter von 65 Jahren. Er war mit Ethel Conroy verheiratet. Sie hatten drei Kinder. Filmografie 1915 The Deep Purple 1917 The Little American 1923 An der Grenze des Gesetzes 1924 Der Senator und die Tänzerin 1926 Rinti NTIN Unterverbrechern 1927 Die Schlachtenbummler 1929 Fox Muvitone Follies of 1929 1929 The Valiant 1930 Der Große Treck 1930 Das Strafgesetzbuch 1930 Hölle hinter Gittern 1930 Die Fremde Mutter 1931 The Secret Six 1931 R.O. Smith 1932 Filmverrückt 1932 Speak is silly 1933 Das Geheimnis des Wachsfigurenkabinetts 1934 Operator 13 1934 Der Strohmann 1935 Meuterei auf der Bounty 1935 Die Frau auf Seite 1 1937 Unter vier Augen 1937 Das Sklavenschiff 1937 Das Geheimnis des Wachsfigurenkabinetts 1937 Das Geheimnis des Wachsfigurenkabinetts